Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich bin Mr. Cataphir. Let's play mit dem Doktor Kaninchen. In Persona von Marie Calden. Dr. Marie Calden. Und wir müssen das Wasser abstellen, wie man das halt als Doktor so macht. Oder auch nicht. Ich kann es nicht mit meinen Händen schließen. Ich brauche ein Werkzeug. Interessant. Sie passt natürlich ganz gut, dass das nicht so leicht ist. Das soll ja auch nicht so leichtgängig sein. Wo kriegen wir denn jetzt ein passendes Werkzeug dafür her? Wir bräuchten ja am besten einen... Ja, was bräuchte man da? Eine Art Hebel. Also ein langer Stab? Ein langer Metallstab wäre ganz gut. Dann kann man den nämlich... Ach so, da waren wir schon. Dann kann man den dann durch die... Durch die... Ich habe keine Ahnung, wie das heißt bei so einem Rad. Aber dass man das da durchschiebt und dann... Nicht am Rad dreht, sondern... An den... Ah, sie haben offensichtlich mit dem schon sehr geholfen. Ah... Ich kann... Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir irgendwas gesehen haben, was wir noch benutzen können. Oder? Was könnte ich denn nutzen als Werkzeug? Ich habe... Ich glaube nicht, dass es eine Teilstange sein wird. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Hallo. So ein Besenstiel zum Beispiel, weißt du? Da könnte man ja auch nehmen. Oh, warte mal. Könnte es sein, dass jetzt vielleicht die... Dame fertig ist mit dem einen Raum? Den zu katalogisieren, sodass wir da jetzt reinkommen können? Ja! Mach zu die Tür. Also, wir brauchen einen Gegenstand. Ich sehe... Ich kann leider kein Licht anmachen. Ich habe keine... Ich bin nicht im Besitz eines Lichtgebers. Oh. Einen Taubenschlüssel. Das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber es ist offensichtlich das, was wir brauchen. Ich fühle mich schuldig über Elisabeth. Aber ich brauche die Diversität. Ich brauche die Diversität. So, jetzt müssen wir sie halt wieder ärgern. Oh, die Arme... Oh, die Arme... Ach, die Arme... Wir folgen ihr mal. Wir müssen ja eh... Gucken, ob alles... Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Elisabeth, ist es? Ja, Frau. Aber es geht um das Wasser. Was jetzt? Es ist... Es ist... Es ist nicht meine Schuld. Nichtsdestotrotz. 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 Ich sagte, Sie zu kontrollieren. Auch wenn ich weiß, es ist nicht Ihr Punkt. Ich entschuldige. A thousand times. Ich habe nicht so viele. Aber dann, unlike Sie, ich habe nicht Zeit Zeit, zu halten. Bitte, Frau Donovan. Ich bin dankbar für Sie, dass Sie mich aufhören, außerhalb dieser Situation. Ich brauche nur die Wasser, zu sein. Otherwise, die bathroom wird schnell schnell werden. Sehr gut. Ich versuche, was ich mache, und dann werde ich Ihre Verletzungen fixieren. Wieder einmal. Danke, Frau. Aus meiner Sicht. Geh mit Ihren Kollegen sprechen. Das ist das, was Sie besser machen. Das ist ja eine nette. Das ist ja eine nette Dame. Aber die ist jetzt abgelenkt? Das Ziel ist jetzt abgelenkt? Na dann. Die letzte. Die missingen Files müssen hier hidden. Das Stendhal-Syndrom. Natürlich. Das ist, wo Fuller seine Diagnosis für Francis Sanders gefunden hat. Das ist eine psychologische Studie. Eine Studie über das Stendhal-Syndrom, eine besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt werden. Wirklich? Sowas gibt's? Mein Gott. Es war... Fein. Ich bin kein Arzt und so. Ich sagte schonmal. Aber... Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Was es alles gibt? Das wird was sein. Hallo! Ja, äh... Ja, ähm... Ja, ja, ja. Das ist. Das muss so, das muss so. Wir sind hier nicht bei... Es... Äh... Bei... Bei... Uncharted Was ist mit diesen Masken falsch? Es ist ein bisschen ein Puzzle. Wie? Ach du meine Güte. Ich habe etwas geklappt. Patientfiles. Ich war richtig. Gehen wir mal an das Fotogramm. Conclusions. Session number 17. Patient. Sarah Hawkins. Die Patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Es geht ohne zu sagen, dass diese besonderen Illusionen der Preis sind, die mit ihren excepcionalen Gästen. Ah, so, ich dachte es geht noch weiter, tut mir leid. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Abilities? Wovon genau reden wir? Nur mal so aus Neugier? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber es ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier. Ich kann ja irgendwas finden, glaube ich. Wenn das so da rumleuchtet. Ich gucke mich ganz kurz um. Nicht, dass ich etwas übersehe hier in unserem Entdeckungsbereich. Da kann ich natürlich gleich interagieren. Ich weiß, aber erst einmal alles anschauen hier. Wir... Ah, da. Warum ist Ethan auf Medikation? Was? Achso. Ich dachte, es geht um die Medikamente da und nicht um die Akte. So, aber hier ist noch was. Hä? Oh, ist hier ein Schuh? Hallo? Das sind die richtigen Fragen. Waaaaaah? Hawkins, Fitzroy und Fuller. Was ist die Verbindung zwischen diesen drei? Es ist definitiv, dass ich die Presence des Minds hatte, um die Morgue in die Basis zu setzen. Wenn all das Fuss über das Hawkins-Inzident endlich zu Ende kommt, werde ich von ihren Belohnungen entspannen. In der Zwischenzeit müssen sie bleiben, hidden in Plainsight. Hidden in Plainsight? Das ist das andere als einfach versteckt halten. Er versteckt also Leichen. Ein teilweise verbrannter Schuh. Er hat die Leiche von ihr. Ja. Er hat die Leiche von ihr hier. Kann ich hier einfach raus? Alles ganz entspannt. Es ist nicht so, als wäre ich irgendwo, wo ich nicht hätte sein dürfen. Lalalala. Guten Tag. Ah, wir müssen wieder runter. Okay, das hatten wir schon. Wir werden sterben. Wir werden so sterben. Ach, guck mal hier. Hier waren wir das letzte Mal. Als wir das Gas haben ausströmen lassen. Da sind wir hier hochgelaufen. Und wurden dann gerettet von dem Polizisten. Warum wird es... Rot. Und blutig. Das ist kein Blut. Das ist Erdbeersaft. Das Geräuschkulisse hier unten ist schon wieder fantastisch. Oh, hallo. Wäre ich mal in den anderen Bereich gegangen. Ich... 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 Mal schauen wir uns. Alles gibt uns zu Charles Hawkins. Er ist tot. Er ist tot. Er ist hier, für ein wirklich besonderes Termin. Oh. Jetzt... Die Karte... Warum hat sie in der Bechung? Du hast sie gehört? Wir stellen die Frage. Wie dumme. Du hast keine Ahnung. Du kannst nicht den Geburten. Was er gezeigt hat? Was er zeigt euch? Was ist das in deinem Arm? Sie fuhr in Fuller's Office. Sie war für Sarah Hawkins' Körper. Sarah Hawkins, du sagst. Let's go back to the start, shall we? Ja, bitte. Ich glaube, wir haben was über das Problem. Whose Leben did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colton. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Ja, bitte. Zum Beispiel. Warum haben wir das Necronomicon da in der Hand? Alright. Alright. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins' Mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Habe ich das zufällig jetzt in der Hand? Wo haben wir das Auto jetzt her? Fragen über Fragen. Und ein düsterer Nebel zieht über die Stadt, während der Rabe Nimmermeer davon fliegt. Das Buch produzierte Pierce in den Körper von Dr. Colton, der negativ erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit dem Experiment von Fuller konfrontiert betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Ja, das müssen wir. Und ich glaube, es ist zwar ein guter Punkt, um für heute erstmal Schluss zu machen. Und beim nächsten Mal hier wieder anzufangen. Aber die letzte Folge ging ein bisschen länger, diese Folge geht ein bisschen kürzer. Ich glaube, das passt alles ganz gut, ne? Deswegen vielen zuschauen. Wir gucken mal noch schnell ein bisschen teasermäßig. Was uns erwartet beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass Colton wirklich hier ist. Und lebend. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Ich möchte aber ganz kurz noch einmal darauf zurückkommen, dass wir das Necronomicon haben. Die folgenden Worte sind nicht meine eigene. Sie wurden mir in meinen Träumen und Trancen vor den mächtigsten Seelen des Kosmos mitgeteilt. Ich nutze diese immer weniger werdenden Momente der Klarheit, um die Bruchstücke unglaublichen Wissens niederzuschreiben, die Nacht für Nacht meinen gebrochenen Geist überfluten. Ich kann diese Wissensfetzen der Welt nur in der Hoffnung hinterlassen, dass sie die Menschen leiten mögen. Aber ich fürchte, dass diese unheiligen Worte die Seele all jener beflecken werden, die es wagen, die verfluchte Sammlung zu öffnen. Denn genau wie Gefangene, deren Geständnisse auf ihrer eigenen Haut geschrieben wurden, werde ich mein Erbe über die Zeitalter hinweg beschützen. Auszug aus dem Necronomicon von Abdul Al-Hazret Ja, und das ist ja im Endeffekt einfach eine Sammelsurium von Beschwörungsformeln. Das Necronomicon. Das ist es ja wirklich. Es ist einfach eine Sammlung von Informationen um Beschwörung. Sieht schön aus. Kann ich das angucken? Ich möchte es angucken. Ich möchte es lesen. Habe ich es im Inventar? Nein. Habe ich Wissen um das Necronomicon im Inventar? Nein. Nun ja. Schade. Das muss ich mir vorstellen. Ich müsste, ich hätte, wie auch immer ich das jetzt schon hätte schaffen sollen. Das weiß ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht, dass man das hätte schaffen können. Aber wir sind jetzt, ein Punkt noch. Ein Punkt noch, dann sind wir der super, super Ermittler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnienchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.